Musik Sie crashen sich auf der Kreuzung. Ein Kind alarmiert Polizei und Notarzt. Musik Der verletzte Autofahrer wird ins Krankenhaus gebracht. Der Abschlepper holt die kaputten Autos ab. Das nächste Unglück folgt. Ein Kind wird überfahren und muss ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Es stand im toten Winkel. Musik Die Eltern suchen ihr Kind. Ein weiteres Kind berichtet ihnen vom Unfall. Die Polizei kommt und bedankt sich beim Unfallmelder. Musik Die Verwandtschaft kommt und besucht das Kind im Krankenhaus. Musik Zum Schluss gehen alle nach Hause. Musik Die Verwandtschaft kommt und bedankt sich beim Unfallmelder. Die Verwandtschaft kommt und bedankt sich beim Unfallmelder. Untertitelung des ZDF, 2020